Über 70 Jahre sind vergangen, seitdem die erste Pressenanlage geboren war und den Weltmarkt erobert hat. Im Laufe der Zeit hat sich einiges getan. Wir können die Zeit nicht aufhalten, aber mit unserem Produkt verändern. Kaiser Pressen mit Sitz in Gölzhausen ist ein Traditionsunternehmen, das sich aus einem Familienbetrieb heraus an die Antritts AG angeschlossen hat. Ein Unternehmen, das für Qualität, Leidenschaft und Präzision steht und bei dem Kundenwünsche an erster Stelle stehen. Im Bereich Sondermaschinenbau ist Antritts erster Ansprechpartner. Die Pressen sind sehr effizient und zuverlässig. Antritts nutzt die Tradition und verwandelt sie in Innovation. Wir stellen uns den Herausforderungen des Weltmarkts, denken und handeln lösungsorientiert und setzen durch den engen Kontakt die Wünsche und Vorgaben unserer Kunden um. Unsere zeitgemäße Produktlinie reicht von klassischen Pressen bis hin zu Innovationslösungen, die speziell für den Kunden optimiert sind. Ausgerichtet auf den aktuellen Bedarf des Pressenmarktes stanzen unsere Automaten von 63 bis hin zu 2500 Tonnen. Ein Endprodukt mit höchster Leistung auf den Kunden abgestimmt. Geschultes Personal und modernste 3D-Programme ermöglichen präzise Konstruktionen zu entwickeln. Mit der perfekten Konstruktion beginnt der Weg für ein qualitativ hochwertiges Produkt. Die Bauteile und Komponenten beziehen wir von Herstellern aus der Region. Dabei haben wir höchste Ansprüche an die Qualität der Produkte und Zuverlässigkeit der Hersteller. Das Resultat ist das gegenseitige Vertrauen, das wir tagtäglich erfahren. Unsere Logistik ist zeitgemäß und zuverlässig organisiert. Intern werden die angelieferten Komponenten für die unterschiedlichen Maschinen projektbezogen bearbeitet und sortiert. Leistung fängt bei uns bei den Einzelteilen an. Besondere Baugruppen können nur in der hauseigenen Sonderfertigung produziert werden. Die genauen Bauteile aus unserer eigenen Fertigung sind der Grundstein für ein perfektes Endprodukt. Qualität prägt. Probleme lösen wir schon bevor sie beginnen. Dafür haben die Kontrolleure bei Andritz Kaiser den Blick auf den Detail. Durch das Prüfen der Einzelteile erzielen wir eine reibungslose Montage und steigern die Produktqualität von Anfang an. Im Hinblick auf die Zukunft bevorzugen wir für unser Unternehmen selbst ausgebildetes Personal. Bei Ausbildungsmessen präsentieren wir uns und suchen die Nähe zu Ausbildungssuchenden, damit die Tradition unseres Unternehmens weiterhin Zukunft hat. In der Vor- und Endmontage entstehen in den modernen Werkshallen die unterschiedlichen Stanzautomaten. Der Stößel wird auch als Herz der Maschine bezeichnet, da er sich im Zentrum befindet und das Werkzeugoberteil während der Produktion beim Kunden dort angebracht ist. Je nach Kundenwunsch werden die Maschinen in der hausinternen Lackiererei auf den gewünschten Farbton angepasst. Das Bekleben von Schriftzügen und das Aufarbeiten des Lacks gehören auch dazu. Wellen und passgenaue Zahnräder sind Bestandteile bei der Montage im Wellenbau, aus denen komplexe Schleppkurbelgetriebe entstehen. Diese verlangsamen den Umformprozess, erhöhen jedoch gleichzeitig die Effektivität der Maschine. Ebenfalls werden die passenden Wellen für die jeweiligen Maschinen und Getriebe hier vormontiert. Sind die Teile bestellt und vom Fertiger geliefert, gehen die Bauteile in die Montage. Die Fachkräfte tragen mit ihrem Wissen dazu bei, dass die Pressenkomponenten und Maschinenbauteile so zusammengebaut werden, dass die Stanzautomaten mit höchster Präzision und Langlebigkeit existieren. Die Feinmechanik der Maschine entsteht im Vorschubbau. Die spezialisierten Fachkräfte bauen anhand komplexer Hydraulik- und Pneumatikpläne die Leitungen ein, über die die Ventile geschaltet werden. Sie dienen dazu, dass verschiedene Funktionen und Mechaniken betätigt werden können. So entsteht der individuell gewünschte Stanzautomat für unsere Kunden. Bis zu 125 Tonnen heben die Spezialkräne in der Montage und ermöglichen es, die gigantischen Bauteile in der Werkshalle zu bewegen. Sobald die Stanzautomaten fertiggestellt sind, werden sie verladen und zum Kunden ausgeliefert. Die Elektro-Konstrukteure entwerfen individuell Schaltpläne am PC, an denen sich die Elektrotechniker bei der Montage orientieren müssen. Sie bauen die Bedienpulte, die für die Steuerung der Stanze zuständig sind, zusammen und schließen diese an die Automaten an. Alle Arbeiten von Leitungen und elektrischen Komponenten an der Pneumatik, Hydraulik bis hin zu modernsten Antriebssystemen und Schaltschränken werden von der Elektroabteilung übernommen. Unsere Programmierer hauchen der Maschine Leben ein. Sie sorgen dafür, dass die Pressen funktionsfähig sind und sich in den Produktionsablauf des Kunden einfügen können. Mit Rat und Tat steht das erfahrene Servicepersonal unseren Kunden zur Seite. Die Mitarbeiter kommen vor Ort und prüfen die Maschinen auf ihre Funktion. Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung gehören zum Service. In der hauseigenen Reparaturhalle werden die komplexen Bauteile instand gehalten. Die Monteure im Werk wissen am besten, worauf es ankommt und finden die schnellste Lösung für sie. In allen Abteilungen der Firma geben wir unser Bestes und entwickeln uns weiter. Wir bewegen Großes, stehen für Tradition, Leidenschaft und Innovation. Das alles sind Werte, die uns deutlich von Mitbewerbern unterscheiden. Wir sind der Pressenhersteller Andritzkaiser. Unsere Qualität prägt. Unterscheidung in der Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020